So, liebe Gäste, liebe Gäste hier in Hersching, es rockt immer Timerunner einmal im Jahr, rockt Timerunner die Post, aber ansonsten rockt immer diese Leute hier die Post jeden Tag. Sie sagen nachher immer, dass ihr immer Essen zu trinken habt, sie sagen nachher immer, dass ihr gute Laune habt, denn wenn ihr das Essen gut ist, haben Menschen gute Laune. Deswegen einen extra Applaus für die Crew hier von der Post. Ganz besonders Elli und Abba, die ihr Team, kann man entführen und die einfach viel zu viel, zu wenig Zeit haben, nie richtig Zeit für sich selbst. Deswegen, Elli, komm rauf! Vielen Dank an alle Gäste, die da waren heute, ganz besonders vielen Dank an euch, das vierte Mal Timerunners und 365 Tage im Jahr. Danke an euch hier unten, dass ihr immer für uns da seid, für Lisa, den und mich, und mir für unsere Gäste jeden Tag einen super Job machen. Geil, vielen Dank! Vielen Dank, vor allem an unsere Mitarbeiter, also ihr Gäste, ihr seid da und ich finde es total geil, aber die Mitarbeiter, die hier einen Job machen, vom allergleichen, also ich sage es euch, ich bin so stolz auf dieses Team, weil ohne die wären wir gar nichts. Da könnten wir Lisa wieder draußen sein, ohne die, aber die sind! So, nun wirklich der letzte Song, und da hoffen wir, dass ihr jetzt alle Witzigen bei ihr kennt, wirklich jeder. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020